Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Lehrvideo in Maschinengestaltung 1, heute mit dem Thema Schnitterstellung. Wir wollen uns also heute damit beschäftigen, wie Sie Formelemente, die innerhalb eines Bauteils liegen, sichtbar machen. Also auch wir als Maschinenbauer beschäftigen uns mal mit den inneren Werten. Sie wissen bereits, das Dokument, mit dem man das normalerweise tut, ist die technische Zeichnung und genau die wollen wir jetzt nutzen, um hier die inneren Gegebenheiten, Formelemente darzustellen. Die Frage also, wie machen Sie das? Was steckt hier in dieser Blackbox? Gucken wir uns also mal unseren Zylinder beziehungsweise Zylinderkopf an und Sie sehen schon relativ viele, relativ komplexe Formelemente. Nun stellt sich die Frage, was passiert dort in unserem Bauteil und wie können Sie das darstellen? Wenn Sie sich erinnern, Sie haben bereits die Darstellung der verdeckten Kanten nach DIN ISO 128-20 kennengelernt. Diese ermöglicht Ihnen mit einer schmalen Strichlinie Bauteilkanten, die im Bauteil liegen und nicht direkt sichtbar sind, darzustellen. Könnte also eine Überlegung sein, diese hier zu nutzen, um Ihnen Ihr Bauteil darzustellen. Wie Sie sehen, grundsätzlich natürlich möglich, aber nicht wirklich verständlich. Viel zu viele Bauteilkanten, die jetzt dargestellt werden und damit verletzen Sie leider auch direkt die erste Regel einer technischen Zeichnung, denn Prämisse all Ihren Handelns sollte immer die Übersichtlichkeit sein. Hier also mit dem Darstellen der verdeckten Kanten ist eine Informationsflut in der Zeichnung und man kann eigentlich nichts mehr erkennen. Dementsprechend brauchen Sie eine Alternative, ein Werkzeug und das möchte ich Ihnen heute gerne darstellen. Es handelt sich nämlich um die Schnittdarstellung. Sie können sich das eigentlich so vorstellen, dass Sie eine Schnittebene, eine gedachte Ebene in Ihren Gegenstand hineinsetzen und dadurch Ihr Bauteil durchschneiden. Diese muss natürlich auch klar ersichtlich in der technischen Zeichnung sein und dafür nutzen wir diese Schnittlinie. Sie sehen das bereits hier dargestellt, eine breite Strichpunktlinie und diese zeigt Ihnen die Lage Ihrer Schnittebene. Hier in diesem Bereich und ganz wichtig, diese breite Strichpunktlinie sollte auch in den Körper hineinragen und genauso auch wieder heraus und Sie sehen auch bereits diese Pfeile hier. Das heißt, diese zeigen Ihnen, von welcher Richtung Sie auf Ihr Bauteil schauen. Mit diesen Informationen können Sie dann Ihre Schnittansicht ergänzen und das auch ganz wichtig, Sie projizieren im Normalfall immer in Richtung der Dreitafelprojektion. Das heißt, Sie hatten jetzt hier die Draufsicht gegeben und projizieren jetzt in die Vorderansicht hinein. Dementsprechend sehen Sie jetzt hier verschiedene Elemente, die im Bauteil vorhanden sind und diese möchte ich Ihnen einmal kurz erklären. Zuallererst sehen Sie jetzt blau hervorgehoben hier eine Schraffur. Ganz wichtig, Sie schneiden im Prinzip das Material und das muss ersichtlich sein. Das heißt, überall dort, wo durch die Schnittebene ein Schnitt durch das Material entsteht, dort muss klargemacht werden, dass im Normalfall hier Material vorhanden ist. Das tun Sie mit einer schmalen Volllinie unter 45 Grad entweder zur Mittellinie oder zu den Umrissen Ihres Bauteils. Dementsprechend dort eine eindeutige Definition für das Material. Sie können also jetzt klar sehen, wo Material vorhanden ist. Das zweite ist eine Durchdringung von verschiedenen Formelementen. Hier einmal durch ein X dargestellt und dann hier auch durch solch ein Oval. Hier treffen sich im Prinzip zylindrische Körper und ganz wichtig, wenn zwei Bohrungen mit demselben Durchmesser hier aufeinandertreffen, dann entsteht solch ein X, wie Sie das hier sehen können. Wenn Sie unterschiedliche Durchmesser haben und es liegt natürlich auch immer noch ein bisschen an der Orientierung im Raum, aber im Normalfall haben Sie dann solch ein Oval. Hier drauf bitte achten, dass, ja, gibt es auch nochmal konkret in einem Verfahren, das Mantelverfahren, wie man diese Durchdringungskurven darstellen kann. Für uns in dem Anwendungsfall jetzt nicht relevant. Trotzdem sollten Sie wissen, wie diese aussehen. Nun haben Sie das Problem, dass in Ihrem Beispielbauteil eine zweite Bohrung vorhanden ist, wo auch Informationen an den Leser der Zeichnung weitergegeben werden müssen. Und Sie sehen das jetzt schon hier im Prinzip eine zweite Schnittebene, die hineingesetzt werden muss. Also hier, wir hatten vorher den Schnitt quasi hier in der Mitte durch unser Bauteil hindurch. Und jetzt schauen wir hier im Prinzip durch eine zweite Schnittebene auf die zweite Bohrung. Und Sie stellen fest, diese Bohrung, die man hier jetzt nur angedeutet sieht, die verläuft wirklich quer durch das gesamte Bauteil. Das kann man hier sehen. Und trifft auch diese Bohrung, die hier oben angedeutet ist, die auch jetzt ersichtlich durch die Zeichnung, durch den Schnitt, eine Durchgangsbohrung ist. Ganz wichtig, die einzelnen Formelemente, die sich jetzt ergeben. Sie haben wieder einen kleineren Durchmesser und einen größeren Durchmesser der Bohrung. Dementsprechend hier wieder das Oval. Und hier, ganz wichtig, diese Kante, eine sogenannte Umlaufkante. Sie entsteht in dem Fall jetzt, weil hier zwei Bohrungen unterschiedlichen Durchmessers, in dem Bereich können Sie das in der isometrischen Ansicht erkennen, aufeinandertreffen und vor allem eine gleiche Achse haben. In dem Fall also die zweite, die größere Bohrung ergibt eine Umlaufkante, die hinter der Schnittebene liegt, die als gerade Kante dargestellt wird. Diese Umlaufkanten werden leider sehr, sehr häufig vergessen, vor allem, wenn es sich um Gehäusedarstellungen handelt. Nun wären wir nicht Maschinenbauer, wenn wir nicht versuchen würden, das etwas effizienter zu gestalten, als zwei separate Ansichten in einem Bauteil darstellen zu müssen. Und auch diese Möglichkeit besteht nämlich mit einem Schnitt in zwei parallelen Ebenen. Dementsprechend die Erweiterung der Definition der Schnittlinie. Diese kann nämlich auch bei zwei oder mehreren Schnittebenen verwendet werden. Das altbekannte Muster also. Sie nehmen wieder eine bereite Strichpunktlinie und durch die Pfeile sehen Sie jetzt auch wieder, von welcher Richtung Sie auf Ihre Schnittebene hinauf gucken. Und hier sehen Sie das Ergebnis. Im Prinzip beide Bohrungen jetzt dargestellt. Sie laufen also hier in Ihr Bauteil hinein, wandern herüber und gehen dort drüben wieder raus. Und durch diese Darstellung ermöglichen Sie es jetzt im Prinzip, alle Formelemente in einem Schnitt darzustellen. Ja, ein paar Besonderheiten, auf die ich auch hier eingehen möchte. Und vor allem eine, die Sie wahrscheinlich gerade schon festgestellt haben, die grundsätzlich man anders erwarten würde. Und zwar in diesem Bereich hier sehen Sie jetzt einen Sprung offensichtlich in Ihrem Bauteil. Das liegt daran, dass, ganz wichtig, durch den Schnitt niemals neue Körperkanten entstehen. Das heißt, in dem Moment, wo wir von unserer Schnittebene springen, würden Sie ja jetzt hier in diesem Bereich eigentlich weitere Körperkanten erwarten. Rein phänomenologisch, irgendwie muss ja meine Kante beendet werden. Aber durch den Sprung in unserem Bauteil entstehen keine weiteren Körperkanten. Und dementsprechend dürfen Sie das hier nicht darstellen. Das ist die größte Herausforderung auch, denn ich werde Ihnen gleich am realen Bauteil einmal erklären, wie diese Schnittebenen zustande kommen. Und da werden Sie dann feststellen, dass dort eigentlich eine Körperkante zu sehen ist. Aber diese entsteht ja nur durch einen virtuellen Schnitt. Dementsprechend ganz wichtig, darauf zu achten. In diesem Bereich, der jetzt hier rot hervorgehoben ist, ist es grundsätzlich auch möglich, die Schraffur zu versetzen. Zur eindeutigen Darstellung. Sie könnten also jetzt hier eine versetzte Schraffur, die aber denselben Abstand haben muss, einbauen, um nochmal eine klare Visualisierung der Schnittebene und vor allem den Wechsel der Schnittebene umzusetzen. Ich möchte Ihnen das jetzt einmal hier am realen Bauteil zeigen. Ich habe es nämlich 3D ausgedruckt, auch mit dabei. Und Sie sehen jetzt im Prinzip hier in der Vogelperspektive von oben auf das Bauteil drauf, sehen die Bohrungen. Und hier ist bereits der Stufenschnitt angewandt. Das heißt, hier Ihre Bauteile, die Sie im Prinzip durch diesen Schnitt geteilt haben. Und ganz wichtig, die einzelnen Formelemente, auf die ich jetzt auch nochmal eingehen möchte. Sie sehen also hier erstmal die Schnittebenen. Das heißt, hier, wo wirklich Material geschnitten ist. Der 3D-Drucker hat sogar zufällig 45 Grad gewählt. Dementsprechend sieht das schon so leicht angedeutet aus. Hier also Material vorhanden. Dementsprechend müssten das die Bereiche sein, die geschnitten sind in Ihrem Bauteil. Und dann eben auch schraffiert dargestellt. Dann, ich hatte es Ihnen angedeutet, wenn zwei gleichgroße Durchmesser in einer Bohrung sich treffen, dann haben Sie hier ein X, das sich entwickelt, das generiert wird. Dementsprechend, ja, hier eindeutig zu sehen. Natürlich ist es eine Wölbung, aber wenn ich eben von oben drauf gucke, habe ich dementsprechend nur dieses X. Und bei einer kleineren Bohrung sehen Sie jetzt eben hier auch, dass es so ein leichtes Oval gibt, mit dem Sie diese Körperkanten miteinander verbinden. Die große Herausforderung jetzt bei unserem Stufenschnitt, beim Schnitt in parallelen Ebenen, ist, dass diese Körperkante, die Sie hier sehen, dieser Bereich, dieses Material, nur durch den Schnitt entstanden ist. Das heißt, im realen Bauteil ist dort keine Kante. Dementsprechend, das ist immer so ein Indiz, dass dort in der Schnittansicht keine Körperkanten dargestellt werden. Denn Sie können sich das so vorstellen, überall dort, wo Sie, falls Sie idealerweise klein wären, so dass Sie im Bauteil selber sich bewegen könnten, überall dort, wo Sie bereits eine Körperkante vorfinden und diese berühren können, müssen Sie diese auch in der Schnittansicht darstellen. In dem Moment, wo aber keine Körperkante vorhanden ist, weil es Vollmaterial ist, wie in diesem Bereich hier, wird im Schnitt keine Körperkante dargestellt. Das heißt, diese Körperkante ist genau die, die Sie nicht sehen würden, da sie erst durch den Schnitt hier dargestellt und entstanden ist, aber nicht in unserer technischen Zeichnung. Kommen wir nun zur Anwendung auf unser reales Bauteil. Sie erinnern sich, wir wollten den Zylinder- bzw. Zylinderkopf darstellen. Sie wollten Formelemente, Geometrien im Bauteil sichtbar machen. Und hier sehen Sie jetzt einmal deutlich übersichtlicher als mit verdeckten Kanten. Trotzdem noch komplex, aber es sind auch komplexe Geometrien, von denen wir hier reden. Und ich will auf ein, zwei Details nochmal kurz eingehen, um Ihnen das zu erläutern. Sie sehen also, den Schnitt hier, ein Schnitt hat gereicht. Wir brauchten keinen Schnitt in parallelen Ebenen. Dementsprechend direkt hier in der Mitte durch. Und Sie sehen jetzt hier oben angedeutet, die erste Mehrinformation, die Sie jetzt erhalten, es handelt sich offensichtlich um zwei Bauteile. Denn Sie sehen hier eine unterschiedliche Schraffur. Das ist ein Indiz dafür, wie aber auch natürlich die Körperkanten, die Sie sehen können, dass es sich um zwei Bauteile handelt. Auch diese müssen aus Normsicht wieder unterschiedlich dargestellt werden. Sie können die Schraffur entweder versetzen vom Winkel her, also 45 Grad oder 135 Grad. Aber Sie könnten genauso gut auch eindeutig natürlich den Abstand zwischen den Schraffurlinien vergrößern oder verkleinern. Dadurch erkennen Sie aber, es sind zwei Bauteile. Und eine weitere Besonderheit, die sehen Sie jetzt hier unten, die Sie auch im Bauteil sehen. Und ich werde Ihnen das gleich zeigen. Vollkörper wie Wellenstifte, Rippen, Bolzen, Niete werden nicht im Längsschnitt gezeichnet. Das heißt, Sie würden diese nicht schraffieren. Was bedeutet das? Ich will Ihnen das einmal kurz hier zeigen. Und zwar an dieser Rippe. Die liegt hier hinten. In dem Bereich kann man jetzt nicht so gut sehen. Aber eigentlich Material. Man würde erwarten, dass jetzt hier eine Schraffur vorhanden ist. Aber auch zur Übersichtlichkeit lässt man diese Schraffur weg. Das heißt, hier keine Schraffur in dieser Rippe. Und wenn Sie jetzt mal genau hingucken, dann sehen Sie hier in diesem Bereich, wo die Rippen zu sehen sind, eine Schraffur und gleichzeitig aber auch eine Körperkante. Und auch das möchte ich Ihnen kurz erklären. Denn diese Körperkante, die Sie hier in diesem Bereich, wo es nicht schraffiert ist, sehen, die kommt durch diese Rippe. Natürlich auf der anderen Seite. Aber diese Rippe ist dort auch vorhanden. Und diese wird natürlich nicht geschnitten dargestellt. So wie wir gerade festgestellt haben. In Längsrichtung, wie also auch diese Rippe hier oben. Also nicht geschnitten dargestellt. Aber Sie sehen hier trotzdem einige Rippen, die anscheinend geschnitten sind. Und das liegt an der Orientierung. Hierbei handelt es sich nämlich um diese Rippen. Und da diese dann in einer Richtung, wo viel mehr Material vorhanden ist, geschnitten werden und auch nicht die Hauptrichtung, wird das geschnitten dargestellt. Passiert auch häufig bei Wellen. Dementsprechend hier also wichtig darauf zu achten, die Rippen in dem Bereich werden dann geschnitten dargestellt, weil Sie quasi von hier auf das Material drauf schauen. Und dort eben viel mehr Material vorhanden ist. Ja, offensichtlich erkennen Sie hier auch, dass Sie noch ein paar Fehler in Ihrem Bauteil haben. Denn Sie haben weder ein Gewinde für Ihre Zündkerze, noch ein Gewinde hier zum Verschrauben. Werden Sie aber auch erst in späteren Videos kennenlernen. Und so können Sie jetzt eben diese Funktionen, die Sie auch umsetzen wollten, darstellen. Also Luft-Sprit-Gemisch wird hier durch diese Bohrung in Ihren Brennraum eingebracht. Der Zündfunkel kommt von oben durch die Zündkerze und dann werden die Abgase danach wieder aus Ihrem Brennraum evakuiert. Dementsprechend hier also alle Funktionen, die Sie haben wollen, wie eben auch die Kühlung, Kühlung durch die Kühlrippen, die einfach nur eine Verbreiterung der Oberfläche darstellen, umgesetzt. Und so ermöglicht es Ihnen dort einen guten Blick auf das Innenleben Ihres Bauteils. Kommen wir zur Zusammenfassung. Grundsätzlich erlauben Ihnen Schnitte, dass Darstellen von Formelementen, die sich eigentlich innerhalb Ihres Bauteils befinden. Schnittflächen, in denen Material geschnitten wird, wird mit einer schmalen Volllinie unter 45 Grad zur Hauptrichtung, in dem Fall Symmetrieachse oder Hauptumrisse, gezeichnet. Umlaufkanten und Durchdringungskurven werden als Körperkanten dargestellt, was sie ja auch sind. Also treffen sich zwei gleich große Bohrungen unter dem richtigen Winkel, wie Sie eben gesehen haben, 90 Grad in der Schnittebene. Dann ist das ein X. Ansonsten denken Sie an das Oval, können das aber auch sonst gerne über das Mantelverfahren selber herleiten. Liegen alle relevanten Formelemente nicht in einer Schnittebene, sondern können Sie auch mehrere parallele Schnittebenen darstellen. Achten Sie aber auf die Übersichtlichkeit in dem Fall. Nicht zu oft hin- und herspringen. Und es muss eindeutig durch die Schnittlinie in einer anderen Ansicht dargestellt werden, wo Sie die Schnittebenen verlassen und eine neue springen. Und Vollkörper werden in Längsrichtungen nicht geschnitten dargestellt. Also Wellen, Rippen, Bolzen, Niete, Stifte. Sie haben das eben gesehen. Das als Zusammenfassung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.